Das Technische Hilfswerk ist als zivile Einsatzorganisation des Bundes täglich in Deutschland im Einsatz, leistet umfangreich technische Hilfe und steht Menschen in Not zur Seite. Seit dem 1. Februar 2013 gilt für die Abrechnung der Einsätze die THW-Abrechnungsverordnung. Sie macht die Abrechnung für die Anforderer wie Kommunen, Feuerwehren und Polizei einfacher, rechtssicher und flexibel. Das große Leistungsspektrum des THW bleibt dabei erhalten. Mit der THW-Abrechnungsverordnung ist es einfacher, die Hilfe des THW in Anspruch zu nehmen. Die THW-Abrechnungsverordnung ermöglicht es, den Anfordernden ihre Kostenerstattungsansprüche gegenüber den Begünstigten an das THW abzutreten. Das THW regelt dann die Erstattung seiner Auslagen direkt mit den Begünstigten. So bleiben die Anforderer auch nicht auf ihren Kosten sitzen. Damit ist es für viele Anforderer leichter, die Hilfe des THW in Anspruch zu nehmen, immer wenn sie uns brauchen. Rechtssicherheit bietet die THW-Abrechnungsverordnung hinsichtlich der Abrechnung mit festen Sätzen. Das THW macht nach wie vor keine Gewinne. Die Anforderer zahlen nur für die tatsächlich angefallenen Auslagen. Diese werden aus festgelegten Sätzen und den angefallenen Stunden oder Kilometern errechnet. Besonders ist jedoch, dass in Vereinbarungen flexible Kostenregelungen getroffen werden können. So sind zum Beispiel Festpreise vereinbar. Neben der Möglichkeit der Abtretung und der Vereinbarung einer individuellen Kostenregelung bietet die THW-Abrechnungsverordnung auch die Möglichkeit eines teilweisen oder vollständigen Auslagenverzichts. Der Verzicht ist dabei immer eine Einzelfallentscheidung und liegt im Ermessen des THW. Mögliche Verzichtsgründe sind Erstens, die anfordernde Stelle hat keinen Erstattungsanspruch gegenüber den Begünstigten. Zweitens, die anfordernde Stelle hat keinen durchsetzungsfähigen Erstattungsanspruch gegenüber dem Begünstigten. Drittens, es liegt ein besonderes Ausbildungsinteresse vor. Viertens, Billigkeit oder öffentliches Interesse. Ein teilweise oder vollständiger Verzicht auf Auslagenerstattung kann dabei immer nur die Ausnahme sein. Statt nach einer Richtlinie arbeitet das THW nach einer Abrechnungsverordnung. Aufgrund der Abrechnungsverordnung ist das THW grundsätzlich verpflichtet, Bescheide zu erlassen. Wir möchten, dass Sie in Zukunft noch leichter und öfter die Leistungen des THW in Anspruch nehmen. Mit größerer Rechtssicherheit und klareren Regeln. Und mit einer effektiveren Abwicklung der Abrechnung. Wir ermitteln gerne und kostenfrei für Sie, welche Auslagen und Kosten für einen möglichen Einsatz anfallen würden. Sprechen Sie uns an. Auf eine gute Zusammenarbeit. Sprechen Sie uns an. Sprechen Sie uns an. Sprechen Sie uns an. Sprechen Sie uns an.